So, willkommen zu... Willkommen zu... Willkommen zu... Oh, hör mal! Wer bist du? Bist du da oben? Wer bist du denn? Das ist mein Day-Pay hier! Hallo? Ne, Mike? Simon? Bist du das? Ja, machst du auch ein Let's Play von World of Warcraft? Ne, ich stehe hier zufällig. Ich will hier gar nicht sein, ich gehe wieder. Achso, du gehst wieder. Ne, aber wollen wir es sonst gemeinsam machen? Ja, gut! Wenn wir gerade schon hier sind, warum nicht? Ja, und damit hochoffiziell würde ich sagen... Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist wirklich soweit! Ich bin mit den Prüfungen durch! Wir sind durch! Wir haben Zeit! Und was ist besser als Zeit zu verbrennen, indem man World of Warcraft spielt? Und das auch noch aufnimmt! Und das dann auch noch hochlädt! Das ist ein Schwachsinn! Lass mal machen! Das ist total dämlich, aber was soll's, wir machen das! Willkommen zu Let's Play World of Warcraft! Ja! Dem neuen großen Projekt, groß angelegt auf beiden Kanälen! Wir machen noch ein Tutorial, wie man das in 27 zu 9 gucken kann! Ne, 32 zu 9! 32 zu 9! Ja, 32 zu 9! Wir machen auch noch ein Tutorial, wie man 16 plus 16 rechnet! Das geht auch noch! Das kann ich nicht mehr! Ich habe meine Prüfung durchgeschrieben! Und ja! World of Warcraft auf dem Servier... 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 Auf dem Xavier Naidoo... Auf dem Xavier Naidoo... Auf dem Xavier Naidoo... Area 52! Das ist super! Und das wird ein langer Weg! Das wird ein sehr langer Weg! Wir spielen als Goblins und ich denke wir werden auch unsere eigene Gilde so gründen! Ja, das werden wir tun! Guck mal, ich lade dich direkt mal in die Gruppe ein! Gut, alles klar! Dienst ist Dienst und Cola ist Cola! Absolut! Und wir kriegen ein fettes Tutorial! Ja, wir können die Tasten WASD nutzen, um zu gehen! Ja, das ist... Ich denke, sowas ist bekannt! Und wir kriegen hier draußen einen Ausbau-Buff und wir haben einen Brief irgendwie... Ach hier! Hast du den auch? Was? Wen habe ich? Den fröstlichen Pinguin! Ich habe den Kernhundwelpen! Willst du den Kernhundwelpen nehmen und... Und äh... Ich... Ich nehme den Fröstling, du den Kernhundwelpen! Alles klar! Boom! Und schon den ersten Erfolg! Was geht ab hier?! Okay, das ist nicht so... Ja, wappen! Darf ich ihn behalten! Äh... Was ist jemand? Darin, dass wir ähm... Vorzeitig auch schon lange... Also ich spiele schon eine Weile ähm... Wir beide spielen schon eine Weile World of Warcraft! Ja! Und den Herr Fröstelig gab es irgendwann von Blizzard dazu und der kommt jetzt auf jeden Account... Genauso wie den Kernhundwelpen, wenn man einen Authentificator hat! Versuch gar nicht erst zu hacken! Es klappt eh nicht! Bitches! So! Okay! Außerdem sind meine Namen von World of Warcraft komplett anders, weil ich das zwei Jahre vor dem Let's Playing hatte! Ja! Ist das schon ein Verstrahlenlehrer! Ach, wir könnten mal sagen, was für Klassen wir spielen! Das wäre glaube ich gar nicht... Also ich spiele einen Jäger, Dienst ist Dienst und Cola ist Cola! Äh... Seit Lüft super! Boah, toll! So, dann machen wir mal Ärger in den Minen und holen uns unsere... Das Personal ist auch schwer zu finden, ne? Ja, das ist aber sowas von schwer zu finden! Ich bin ganz genervt! Und wir müssten auch mal sagen, dass wir zwei an und für sich total unterschiedliche WoW-Spieler sind! Ja! Also ich bin jemand, der sich gerne mal hinstellt und angelt! Ich lese mir Quests durch! Ich guck mal eben, wo wir hin müssen! Da unten! Ähm... Und ich lese mir Quests durch! Ich freue mich über Details! Und ich freue mich auch, ähm... Wenn, ähm... Was weiß ich... Also einfach mal eine Quest witzig geschrieben ist! Ja, und ich bin der... Wo ist die Quest? Ich mach die Quest! Ich will weiter! Ich will schneller! Ich will equipen! Okay, wollen wir mal die Arbeitsmoral verbessern? Ja, ich hab auch schon verbessert! Oh, das ist schön! Also World of Warcraft wird immer verwerflicher, oder? Ja, echt! Also irgendwie fehlt da nur noch Folter und Quälen um alle Leute! Kommt vielleicht noch! Ja, das wird vielleicht noch eine andere Quest! Nehmen wir mal hier... Ich glaub auch, ähm... Dieses... Dieses Kristall, was hier abgebaut wird, ist überhaupt nicht gesundheitlich verwerflich! Und ich lese an der Tür geklingeln! Ach du Schande! Ja! Bis sofort! Ja, bis sofort! Und schon, äh... Der erste... Was ist das? Ihr habt euer erster Haustier erhalten! Der kleine Kerl wird euch bei den Abenteilen Arzoröchter rüber hinaus begleiten! Ach süß! Oh, wir nennen ihn Fluffy! Wir nennen den Kern und Felten Fluffin! Ja! Ähm... Wenn ihr uns anschreiben wollt! Wie gesagt, nochmal... Der Server heißt Area 52! Ähm... Es ist kein besonders alter Server! Der Server ist mit Burning Crusade dazugekommen! Ich heiße Adenin! Schlaue Leute! Und da wird euch wissen, dass, äh... Dass die Vase in der DNA ist! Hallo Simon! Hast du grad deinen Namen Adenin erklärt? Adenin, genau! Weil ich hab auch gesehen in der Aufnahme abgebrochen für die Zeit! Bitte? Ich hab für die Zeit, in der ich gerade weg war, aus... Äh... Aus... Aus Gewohnheit den, ähm... Aufnahme... Abbrechen Knopf gedrückt! Oh! Oh ja! Aus Gewohnheit! Ja, das macht aber nichts und wir können das ja synchronisieren! Ja, das wird schon passen! Das wird schon passen! Kommst du Tunnelwürmer töten? Ja! Lass uns Tunnelwürmer töten! Ich bin ganz aufgeregt! Wir müssen zwar die Arbeitsmoral... Hä? Achso! Boah! Was ist das denn für einer? Das ist, ähm... So sieht übrigens auch ein Boss in den neuen Instanzen aus! Verrückt! Sieht echt geil aus! Was will ich als Pet haben? Äh... Gibt es bestimmt! Sieht eben nur... Oh! Sie schießen die an! Die halten ja echt nicht viel aus, die Dinger! Nö! Aber sieht echt geil aus! Finde ich super! Will ich im Garten haben! So als Statue! Ja! Guck mal! Wir haben ja noch unsere Rassenfertigkeit! Guck mal! Ich schieße jetzt meine Rakete ab! Beeindruckend! Wow! Ja! Okay! Zwei Raketen und alles ist Geschichte, ne? Ja! Hat 15 Schaden gemacht! War super geil! Was ist das denn? Ja! Sieht völlig ungefährlich hier aus, ne? Wir tun so! Wir machen mal eben beide! Dann haben wir die Kresse irgendwie auch schon fertig! So! Boah! Wir sind beide voll schnell! Oh! Ich habe einen kleinen braunen Beutel gefunden! Sehr geil! Ja! Den nächsten kriegst du dann! Warte! Ich... Ich finde das auch sehr schön, dass wir schneller laufen! Ich sehe zwar keinen Buff davon, aber... Ne! Überhaupt nicht! Aber wir können ja mal... Begleiter-Details! Warte! Zeit ist Geld! Eure Erhöhung... Lässt euch eine Erhöhung von Angriffs- und Zaubertämpfe um 1% auszahlen! Ich glaube, ich spiele gerade das, was ich hasse! Was denn? Mir fällt das Wort nicht mehr ein! Kapitalistisch? Ja! Oh mein Gott! Wir sind kleine, blöse, böse, blöse! Ja! Goblins sind kleine Raff-Szähne, aber ich habe mich hier eher so für den Crocodile Dundee, den schlecht rasierten, bärtigen Typen von nebenan erzählt! Jo! Und ich bin der alte, hoffentlich weiß gewordene Schamane! Also weise, nicht weiß! Das wäre ein bisschen sehr arg! Joa! Hoffentlich bin ich weiß! Nö, du bist eher so grünlich! Ja, ich weiß! Geben wir die Quest ab! Oh, was haben wir denn da? Leder und Stoff! Ich nehme Leder, natürlich! Wir nehmen Leder! Gutes Personal ist sehr schwer zu finden, das ist richtig! Und wir nehmen das nächste ein! Kaya Cola! Hier kommen die Ideen! TM! Wunderbar! Das ist jetzt nicht ernsthaft geschützt, oder? Was? Guck doch mal, hier kommen die Ideen! Klammer auf TM! Traded Mark! Wo denn? Für Kaya Cola! Oh Gott! Blöd! Blöd! Das wäre natürlich echt... Aber wir haben eigentlich schon eine vollständige Gruppe, oder? Ich habe zwei Begleiter, du hast einen, wir sind zwei Spieler, wir haben eine vollständige Gruppe! Wir brauchen eigentlich gar nicht! Sprecht mit Max! Schredderschreck! Was werdet ihr denn meinen? Mach ich! Ich spreche schon! Ich bläst das nicht! Mach ich jetzt hier! Boah, der hat hier einen coolen... Boah, er ist ja hier! Er hat einen Tiger-Negel! Aber vengalische Tiger sind tot und so! Cruisen! Benutz die Schlüssel für Hot Rod! Boah! Ich bin da aber sowas von dabei, die Schlüssel für Hot Rod zu benutzen, um drum zu cruisen! Wau mal, wo ist das Ding? Äh, ich weiß nicht! Das da? Das sieht aus wie ein Hot Rod! Ja! Ui! Boah! Boah, fuck das Ding können wir selber fahren! Wo müssen wir hin? Boah, geil! So! Äh, wir müssen jetzt Izzy abholen! Äh, keine Ahnung, aber wir haben hier einen Buff! Auf die Tube drücken! Drücken wir mal auf die Tube! Boah! Boah, cool! Wir drücken auf die Tube! Was ist hier? Hupen! Okay! Okay, ich drück 4 nicht, das sieht aus wie aussteigen! Hey! Hast du mit? Höher von Kezan! 4 ist... Radio! Es gibt nur eine... Wir haben das Radio angeschaltet! Das Radio ist total kacke! Oh, Moment! Wir müssen da gar nicht lang, oder? Ne, wir müssen da gar nicht lang! Wir drücken mal auf die Tube! Und fahren hier lang! Hier hoch, oder nicht? Oh ja, richtig! Auf die Karte! Da! Ich bin dabei! Ist das unser... Da, genau! Gobber abgeholt! Ich hab Gobber jetzt! So, wir haben auch... Ich hab auch Gobber! Das ist sehr schön! Wir müssen hier Izzy! Äh, Izzy ist da vorne! Musst du mal mitkommen! Hier mit deinem, äh, Tata-Mobil! Ich glaub, du hast einen Umweg gefahren! Oh ne, du bist einfach über Stock und Stein! Ist auch geil! Ja, ja! Ich hab sogar eine Abkürzung gefahren! Ist super geil! Auch schön, dass die leuchten! Das ist sehr cool! Wir können, glaub ich, auch Bürger umfahren! Guck mal, wir können die umfahren! Ich? Ja, die springen aus dem Weg! Ja, natürlich! Äh, und jetzt? Izzy abgeholt! Ach, wir müssen doch Izzy abholen! Und Izzy ist da ganz oben irgendwo! Ja! Ist nicht da lang, du! Oh, beginnt sie weg! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Wir sind dran! Das müssen wir schneiden, wen ich da gerade begrüßt hab! Ja, dann schneid das doch. Ich schneid das auch. Aber wir sind komplett falsch. Komm, wir müssen mal weg hier. Folg mir mal. Man kann damit springen, spring mal. Oh mein Gott. Wo springst du? Mit Leertest du? Oh Gott. Ja, ist das geil. Ist das ein geiles Ding. Das ist kein Hot Rod, das ist ein Lowrider. Aber sowas von einer, ey. Jetzt fehlt nur noch, dass wir Latinos sind. Das sind Goblins, hallo? Denk mal nach, ja? Oh ja, entschuldige euch. Alle Latinos sind natürlich Goblins. Ja. Ich will schneller fahren. So. So, fahren wir mal dieses viel zu steile über 90 Grad Ding hoch. Wir müssen jetzt eigentlich dahin zurück, wo wir herkommen, oder? Genau. Wir müssen nämlich noch Izzy abholen. Das haben wir versäumt. Irgendwo hier muss doch Izzy sein. Ach so. Moment, hier ist Izzy irgendwo. Ist das ein Pool? Ja. Ja, sieht so aus. Da ist aber bei mir kein Wasser drin. Ach ja, da. Ich mach mal das Radio aus. So. Und jetzt, ach, da wieder hin. So, und jetzt wieder dahin. Ja, jetzt haben wir hier die fette Party. Ihr seht schon, das ist eine riesen Poolparty hier mit dem Ogre und zwei hässlichen Goblins und so. Uh, das ist, das ist damals so gewesen. Den ziehen wir gleich allen, äh, sexy, ähm, oh, neues Gewehr. Sexy Bikinis an und dann geht das ab. Spricht mit Trainer Blutgrasch auf dem Schieß mich tot. Und da drin ist noch ne Quest. Das abnehmen. Ja. Können wir so reinfahren? Ja, können wir. Oh, da sind aber jede Menge Quest. Ah, verdammt ein bisschen mehr. Ja, also der Simon hat ne Menge zu tun. Oh, da bin ich auch schon wieder. Hallo. Prügel, okay. Jetzt haben wir ne ganze Menge, jetzt haben wir ne ganze Menge Quest. Ab zur Bank. Stapelmoneten. Das ist auch mal sehr spezifisch. Wir können übrigens immer noch den Hot Rod nutzen, ne? Echt? Ja. Haben wir nen Schlüssel? Ja. Wir müssen den einfach nur anmachen. Runnen, runnen, runnen. Brumm, 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 brumm. Die Fahrer sind auch noch dabei. Ja, tatsächlich. Und, äh, ich würde sagen, wir, ähm, machen jetzt noch, äh, bis zu dem, bis wir zu unseren Trainern kommen, erlernen unsere ersten Sachen und dann sagen wir auch dem ersten Part schon mal ade und beginnen den zweiten Part. Oder? Wie lange nehmen wir denn gerade auf eigentlich? Wir sind gerade 11 Minuten und 27 in der Aufnahme. Ja, dann würde ich sagen, äh, hier runterspringen. Hier ist ne Abkürzung. Oh, Puh, 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 mit dem Hot Rod, über Stock und Stein, gefährliche Gefilde hier. Ja. So, hier auch schon abgeben und dann würde ich sagen, äh, für Part 2 fertig machen, ne? Ja, für Part 2 hier geben wir ab. Meldet euch für ein Testspiel, okay? Okay, und wir sehen uns in Part 2 wieder. Ja, wunderbar, Leute, und bis gleich dann. Ja, wir sehen uns in Part 2 wieder. Ja, wir sehen uns in Part 2 wieder. Ja, wir sehen uns in Part 2 wieder. Vielen Dank.